Mal vorstellen, jetzt haben wir Rückendeckung. Ja, schwul. Zwei Rückendeckungen, das ist sehr, sehr gut. Ja, sie machen Druck von hinten. Also willst du jetzt weiter questen oder willst du eine Höhle durchsuchen und möglicherweise bessere Sachen kriegen? Ich will eine Höhle durchsuchen. Okay, dann suchen wir eine Höhle. Hier ist sie. Obwohl das eigentlich gar nicht zu einem Let's Play gehört, aber... Ja, aber wir brauchen auch bessere Sachen. Und wenn ich mir glaube, dass es auch nicht zu einem Fossil geht, ist es schnell ab. Ui, eine Manta. Das finde ich toll. Ja, ich muss kurz gucken, was das ist, eine Höhle. Oh, ein Boss. Wo? Komm, hier ist ein Art Boss. Ein Art Boss. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Guck, komm. Er ist schon fast dort. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt. Die Durchrüstung, die nehme ich mir jetzt. Neue Fertigkeit. Nein. Welches Level bin ich jetzt eigentlich, bitte? Oh, ich habe etwas Gelbes. Ich habe etwas Gelbes. Welches Level bin ich eigentlich? Ich glaube, wir sind deine Level 5. Gut, am nächsten Level habe ich eine Fertigkeit. Mehr Fertigkeit. So. Du musst mich nicht mehr ausreden lassen. Ich sage schon etwas Schlaues. Heißt du? Hey, was ist passiert? Oh, sie fühlten sich erholt. Was viel nennt der Zeichen? Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Eine Scheissruhe Es kann auch eine Falle sein. Oh, ja, dann gibt es noch mehr Zombies. W em jetzt los? Max, mal kommen, aus der Kiste Zombies raus. Oh, hier oben ist ein Headgegen. Man sieht das Geräusch, das ist richtig. Weisst du wie man das benutzt? Man klickt drauf. Rechts klickt und man drückt 1, 3, 3, 4. So schlau bin ich jetzt gerade noch. Ich habe auch gewisse Erfahrung, was solche Games angeht. Daaa! 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 Es sind die Biele. Eigentlich ist die. Oben links sehst du ein Leffen Leben, dein Kollege noch hat. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Hey langsam regt mich das auf. Dass du immer hörst, was ich denkst. Entschuldigung! Komm! Komm! Warte, da liegt was. Und das will ich heilig aufnehmen. also warte mal kurz ein schild warte ich will was gehen lassen ich will jetzt etwas wollen lassen ich lasse schlüssel fallen was ich kann nicht noch mehr tragen du brauchst vier vier freie plätze die nebeneinander sind vier slots dann tue ich jetzt das da auf dem boten gehen lassen und jetzt nehme ich den scheiss beschützt hier ich habe eine bessere flüstung für dich gefunden ja den habe ich an ok dann schieße ich die auch weg ok und wo ist jetzt dieser schild den ich wollte ups den habe ich nicht dann hast du vielleicht schon angezogen du bist aber auch ein witz wo ist er hin hier ist er ja warte ich gebe dir nachher oh nein warte komm hier ja wo ist der ich habe ihn nicht mehr oh nein ich habe einen bolzen aufgenommen falsch falsch so komm hier den will ich doch nicht was ich bin den hast du vorhin die ganze zeit gewollt und jetzt wolltest du vorhin warte mal nicht immer gleich heulen heulen ja nicht so jetzt habe ich jetzt habe ich genug slots frei aber der ist ja genau gleich gut hahaha und den tue ich jetzt wieder auf dem boten scheisse ah mein boss hilfe 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 sie stirbt ah nein ich habe die rote du bist immer so blau ja ich bin langsam du bist so langsam ich kann nicht ja wer was ist denn das schüss ich bin heiltänken schirmen vaki wirklich ich kann dir diese welt kröli 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 Ja, sie ist tot. Ich komme, heil dich. So, Telly. Hast du alles schon aufgenommen, oder was? Ja, aber ich kann dir ein paar Sachen geben. Ich würde jetzt mal behaupten. Also, komm, hier. Ich würde jetzt mal behaupten. Komm. Komm. Dass das besser ist, weil das gelb ist. Ja, zieh einfach dein Rüstung aus und zieh dir. Wenn sie besser ist. Ja. Ich kann meine Nächte ausziehen. Ja, mach. Inventar. Aufnehmen sie und leg sie auf den Boden. Bist du irgendwie dumm oder so? Ich kann die nicht. Schau, ich hab's ja jetzt auch gerade gemacht. Ja, ich hab nicht genug Platz, aber jetzt geht's. Langsam scheisst mich das an mit diesem kleinen Inventar. Ja. Ja, du hast auch noch eine Truhe. Ja, du hast auch noch eine Truhe. Ich will das auch machen. Es geht nicht mehr. Oh, die kann ich brauchen. Nein, die bin ich nicht mehr. Okay, warte, ich gebe ihn dir. Ich brauche ihn eh nicht. Du weißt nicht, was mir mit deinem Anfang soll, besser gesagt. Ja, darum brauche ich ihn nicht mehr.